Verwecken! Wie viele sind es denn bitte? Oh Gott, das ist eine ganze Armee! Oh, die können auch ausweichen! Na toll! Die Falle war jetzt voll überflüssig! Na komm, Süßer! Komm! Wollte ich mich verarschen? Kommen Sie jetzt mal her! Ich glaube, bevor ich die kalt mache, muss ich mich irgendwie mit Tränken vollstoffen, sonst habe ich keine Chance gegen ihn. Es sind nämlich Arschviele, das habt ihr gesehen. Dumm, dumm! Tränke einnehmen! Was bringt das? Giftresistenz, Einäscherung, Bluten! Kiebitz! Energie, Schwalbe, Katze! Einmal die Schwalbe, die ist immer gut! Einmal den Pirol! Pedris Filter? Nein, da ist Geralt tot! Tränke! Flatsch! Oh ja, 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 jetzt tu nicht so! Komm, steh auf! Du bist auch nicht so ein Schwächling! Habe ich nicht irgendwas noch zu, ne normale Falle? Ne, das brauchen wir nicht! Samoombomben! Na toll, die sind auch leer! Wir haben nichts mehr! Wir haben nichts mehr! Das ist die Falle! Bis jetzt? Oh! 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 Oh, oh! Ein Krempel und geherzetes Leder. Platziere Köder im Ausrüstungsfenster auf den Feldern, die mit Schnellzug übersehen. Drucke eher, um einen Köder auszulegen. Aha, ein Köder. Das will ich jetzt sehen. Habe ich einen bekommen, oder wieso sagt er das jetzt? Ach so, der Krempel. Köder für Erscheinungen und Ertrunkene. Ich habe ja aber keine Ertrunkenen, oder? Zählen die dazu? Mal sehen. Also erst die Falle legen. Und dann den Krempel. Na, kommt der. Kommt ihr? Ach, verdammt, vergiss das. Zeitverschwendung. Verdammt, die Höhe ist zu groß. Ich habe Angst. Untergehen. Diese Spur sieht gut aus. Untergehen. Solides Langschwert. Das könnte schön sein. Vielleicht ziehen wir das sogar an. 13 bis 18. Verdammt, das ist echt gut. Dann können wir das hier wegwerfen. Dann sind wir nicht überlastet. Aber wir kämpfen ja jetzt eh mit dem Silberschwert. Jo. I. I. Wo. Sie können ausweichen. Donner-Schlag. Ey, die sind echt overpowered. Verdammt. Und ich kann da nicht hoch. Eklige Viecher. Ich hasse sie. Ich muss mich irgendwie schützen. Vergiss das. Wie soll ich das bitte schaffen? Eklig. Verpiss dich. Ekliges Vieh. Ah. Ich sterbe. Oh nein, ich bin mit Zutaten überlastet. Ich muss irgendwas schnell wegwerfen. Irgendwas unwichtiges. Irgendwas. Vielleicht geht die. Das wiegt ja alles so viel. Neckarherz. Dreagenhaut. Schemas. Nee, das war alles so wichtig. Mann, ey. Das hab ich doch schon weggeworfen oder nicht? Was soll der kack? Ich bin zu alt für sowas. Ja, bist du auch. Also wir werden das Spiel. Geralt ist zu alt. Tschüss. Nee. Wir folgen der heißen Spur. Wenn es gehen würde. Das bringt ja nicht. Das ist ja sinnlos. Leute, ich muss eine kurze Pause machen. Speichern. Und tschüss. Wir schauen. Vielen Dank.